Am frühen Morgen wundert sich Fushi weiterhin darüber, wer der junge Mann vor ihm ist. Als sie sich treffen, stellt er sich als sechster Nachfolger der Hayasi vor. Fushi scheint sich jedoch weniger Gedanken darüber zu machen, wer er ist, sondern macht sich Sorgen darüber, dass er ein Mann ist. Dazu gibt Kahaku an, dass er der erste männliche Nachkomme der Hayasi sei, den Fushi getroffen habe, und entschuldigt sich für die Überraschung. Anscheinend waren Hayasis Nachkommen schon immer Frauen, und das war auch die Regel. Allerdings verstarb Kahakus Mutter, bevor sie ein Mädchen zur Welt brachte. In diesem Moment fragt sich Kahaku, ob Fushi jemals die Geschichte seiner Vorfahren gelesen hat. Sie wollten immer, dass er etwas über die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau erfährt, damit Fushi dies besser versteht. Kahaku empfiehlt ihm ein Buch zum Lesen und bietet an, es ihm mitzubringen. Fushi ist jedoch weniger besorgt und gibt ihm keine Antwort. Ohne eine Antwort von Fushi drängt Kahaku ihn, sich in seiner Nähe wohlzufühlen, da er Frauen mag und es nicht nötig hätte, Fushi zu verführen. Kurz darauf spricht Fushi endlich und fragt Kahaku, warum er gekommen sei. Als Antwort warnt ihn Kahaku vor drohender Gefahr. In diesem Moment stürmen zwei bewaffnete Männer in den Raum und verlangen, den unsterblichen Fushi zu sehen, während sie versuchen, ihn zu töten. Allerdings hatte Kahaku ihn erfolgreich vor ihrer Ankunft gewarnt, bevor sie eintraten. Dies hatte dazu geführt, dass sie seine Abwesenheit bemerkten. Während sie weiter schimpfen, informiert Kahaku sie, dass Fushi seine Warnung vor ihrem Kommen beachtet hatte und gerade noch rechtzeitig geflohen sei. Als die beiden Männer das hören, werden sie wütend und versuchen, weiter in den Raum vorzudringen. Zum Glück für Fushi werden sie von Kahaku aufgehalten, der ihnen droht, es mit dem Stadtherrn aufzunehmen, der Kahaku und seine Männer in die Stadt eingeladen hatte, um Fushi zu beschützen. Wütend gehen die Männer weg, drohen jedoch, sie alle zu verhaften. Nachdem sie gegangen sind, kommt Fushi aus seinem Versteck und nimmt wieder seine menschliche Gestalt an. In diesem Moment fragt sich Fushi, was genau los ist. Zu diesem Zeitpunkt überreicht ihm Kahaku ein Plakat, auf dem ein Kopfgeld auf ihn zu sehen ist, auf dem er verspricht, seinen Entführern tausend Goldstücke zu zahlen. Er informiert Fushi, dass dies das Werk ihrer Feinde, der Church of Bennett, ist. Anscheinend betrachtet die Kirche Fushi und die Wächter aufgrund ihres wachsenden Einflusses auf das Volk als Ketzer. Die Kirche befürchtet, dass Fushi kein Krieger ist, der gekommen ist, um gegen ihre Feinde, die Klopfer, zu kämpfen, sondern ein böses Wesen, das sie nur anzieht. Als Fushi das alles hört, fühlt er sich schlecht und entschuldigt sich dafür, dass er so viel Ärger verursacht hat. Kahaku fordert ihn jedoch dringend auf, sich nicht zu entschuldigen und sich stattdessen den Wächtern anzuschließen. Seit ihrer Gründung vor 200 Jahren haben die Guardians ihr Leben dem Kampf gegen die Klopfer gewidmet. Ohne lange darüber nachzudenken, lehnt Fushi sein Angebot ab, stimmt aber zu, hier zu bleiben, um die weitere Tötung unschuldiger Menschen zu verhindern. Später am Tag macht sich Fushi in Begleitung der Wächter auf den Weg und sie erreichen ein Dorf mit starken Anhängern der Wächter. Sie alle freuen sich, Fushi zu sehen und vergöttern ihn über alles. Diese Aktionen der Dorfbewohner überraschen Fushi, aber Kahaku erzählt ihm, dass die Leute nur so reagieren, weil sie endlich glauben, dass Fushi nicht nur ein Gerücht ist, sondern ihnen hilft. Um noch mehr Unterstützer zu gewinnen, kommt auf dem Weg ins Dorf eine Frau zu Fushi und fordert ihn auf, ihrem Sohn zu helfen, der von Soldaten gefangen genommen wurde und ein Lösegeld brauchte, um freigelassen zu werden. Erstaunlicherweise lässt Fushi Münzen aus seinen Händen regnen. Diese Tat und viele andere werden von den Dorfbewohnern als Wunder angesehen. Unterdessen scheinen nicht alle Dorfbewohner so glücklich zu sein, Fushi zu sehen. Während Fushi und Kahaku durch das Dorf laufen, bewirft ihn eine Gruppe Jungen mit Eiern und fordert ihn auf, ihr Dorf zu verlassen und in sein Dämonenversteck zurückzukehren. In diesem Moment werden sie von Kopfgeldjägern angegriffen, die auf der Suche nach den von der Church of Bennett versprochenen 1000 Goldmünzen sind. Während sie auf Fushi losgehen, wird einer von ihnen von Kahaku aus dem Weg geschleudert, der die Kraft in seinem Arm nutzt. Dies verängstigt die Kopfgeldjäger und veranlasst sie zur Flucht. Später in der Nacht informiert Kahaku Fushi, dass er eine passende Verkleidung braucht, da sie Gefahr laufen, jederzeit von weiteren Kopfgeldjägern angegriffen zu werden. Zunächst hält Fushi dies für nicht notwendig, beschließt aber schließlich, andere Verkleidungen auszuprobieren. Zuerst versucht er es mit einer alten Frau, aber Kahaku teilt ihm mit, dass es schwierig sein würde, in einer solchen Verkleidung zu reisen. Nach mehreren Versuchen verwandelt er sich in eine wunderschöne Dame, was definitiv die Aufmerksamkeit von Kahaku auf sich zieht und ihn sprachlos macht. Es überrascht nicht, dass er dieser Form zuzustimmen scheint und nichts Schlechtes dazu zu sagen hat. Am nächsten Morgen ist Kahaku Fushi gegenüber weiterhin schüchtern. Dies hält ihn jedoch nicht davon ab, Fushi über ihren geplanten Besuch in Kagal, einer Region im Süden, zu informieren. Als Fushi aus seinem Zelt kommt, wird ihm von Kahaku ein Pferd angeboten, doch Fushi besteht darauf, nicht in Menschengestalt reisen zu wollen. Er bittet Kahaku, aus den begrenzten Möglichkeiten auszuwählen, welche Form die beste wäre, und er entscheidet Ideen, als Hund zu reisen. In Kagal bleibt Fushi verkleidet und sieht, wie einige Soldaten eine Flagge aufstellen. Sie identifiziert die Flagge sofort als die von Yanonde. Kahaku erklärt, dass die Flagge die Hoffnung symbolisiert, die die Menschen in sie setzen. Das macht ihm Sorgen und er macht sich auf den Weg in den Wald, um einen klaren Kopf zu bekommen. Er wird jedoch weiterhin von Kahaku und dem Guardian verfolgt. Beim Gehen denkt Fushi darüber nach, dass er nur Menschen treffen möchte, die ihn verstehen und Freunde finden. Außerdem fragt er sich, ob Kahaku und die Wächter seine Freunde sind. In diesem Moment tritt Fushi in eine Falle und führt dazu, dass sie alle in einem Netz gefangen werden. Leider werden sie vom Prinzen des Auralus Königreichs gefangen genommen, dessen langer und seltsamer Name zu Bonsama abgekürzt wird. Der Prinz hat zufällig Fushis Verkleidung herausgefunden. Er gibt an, dass er gekommen ist, um Fushi zu fangen. Kurz darauf entkommt Fushi mit einem Schwert in der Hand dem Netz. Dies macht Bonsama große Angst und ermöglicht es seinen Soldaten, die sich im Wald versteckt hatten, sich zu offenbaren. Als Fushi sie sieht, wundert sie sich über ihre Zahl, bleibt aber ungerührt. In einer schockierenden Wendung der Ereignisse bietet sich Fushi seiner Gefangennahme an und verlangt im Gegenzug, dass Bonsama sich nicht mit den Wächtern anlegt. Kahaku besteht jedoch darauf, mit ihm zum Palast zu reisen, um ihn um jeden Preis zu beschützen. Später in dieser Nacht kommuniziert Fushi mit dem Schwarzen und fragt ihn, wie viele Menschen von den Klopfern getötet wurden. Sie ist schockiert, als sie erfährt, dass über 13.000 Menschen getötet wurden. Diese Zahl erschüttert sie und lässt sie sich fragen, was genau sie unter den Menschen tut. Ihre Gedanken werden von dem neugierigen und kindischen Bonsama unterbrochen, der weiter schimpft, aber von ihr ignoriert wird. Am nächsten Tag erreichen sie das Königreich ihrer Alice und die Menschen freuen sich über die Gefangennahme von Fushi. Sie loben ihn weiterhin für diese große Leistung, für die er sich kaum Mühe gab. Allerdings scheint er von dem Gedanken besessen zu sein, seinem Vater eine Freude zu machen, in der Hoffnung, dass dieser ihn eines Tages als Thronfolger betrachten würde. Als er endlich seinen Vater trifft, freuen sich die beiden unheimlich darauf, sich wiederzusehen. Leider hält sein Vater diese Leistung nicht für würdig, ihn zum Thronfolger zu machen. Er ignoriert seinen Vater und verlangt von Fushi, sich bessere Kleidung anzuziehen. In diesem Moment steckten die Fashionistas des Palastes die nun weibliche Fushi in ein wunderschönes Kleid. Als Kahaku sie sieht, ist er wieder einmal sprachlos. Offenbar hatte der König sie zum Abendessen eingeladen, weshalb sie sich umgezogen hatte. Während der Esstisch gedeckt ist, wird Fushi von Torta, Bonsamas kleinem Bruder, den sein Vater als Erbe ausgewählt hat, und Pokoa, seiner kleinen Schwester, gesehen, die überrascht ist, dass Fushi so schön aussehen würde. Zumal sie ihn gehört hatte war ein Junge. Am Esstisch fragt die Königin ihren Mann, was er mit Fushi machen möchte, bevor der König antwortet. Kahaku gibt an, dass Fushi unter der Unterstützung und dem Schutz der Wächter steht, daher muss er konsultiert werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Während sie reden, bringt Kahaku Tanaris Tagebuch zur Sprache und die Tatsache, dass er gehört hatte, dass er sich oft in Tanari verwandelt hat. Das Gerede über Tanari macht sie wütend und sie verlässt den Esstisch. Später in dieser Nacht versucht Kahaku, sie zu finden, aber es gelingt ihm nicht. Allerdings scheint auch Bonsama auf der Suche nach ihr zu sein und hat mehr Glück als Kahaku, sie in ihrer Tiergestalt zu fangen. Kahaku sieht ihn an diesem Punkt und schlägt einen Begriff vor, der zu der Tatsache passt, dass Fushi zuvor zugestimmt hatte, freiwillig gefangen genommen zu werden. Er schlägt vor, dass Bonsama Fushi eine Armee zur Verfügung stellt, um gegen die Klopfer zu kämpfen. Mitten in ihrem Gespräch informiert Paco a Bonsama über die Ankunft einiger Gäste. Als er dort ankommt, werden er und der König von drei Papsttümern der Kirche von Bennet empfangen, die behaupten, sie seien gekommen, um Fushi einzunehmen. Als Antwort erklärt Bonsama offen, dass er derjenige war, der Fushi gefangen genommen hat und sie nicht gehen lassen wird. Dies verärgert in aller Stille die Päpste, die damit drohen, in Zukunft zurückzukehren. Danach bringt Bonsama Fushi in einen Raum im Palast und bringt ihn dort unter. Fushi versucht jedoch zu fliehen, indem er sich in einen Vogel verwandelt und durch das Fenster hinausfliegt. Leider werden seine Versuche von Bonsama gestoppt, der es herausfindet und einen Stein auf den fliegenden Vogel wirft. In diesem Moment fragt er Fushi, warum er fliehen will. Er geht davon aus, dass er nur Angst davor hat, dass die Klopfer auf der Suche nach ihm sind und am Ende unschuldigen Menschen Schaden zufügen. Als Antwort gibt Fushi zu, dass die von ihm genannten Gründe tatsächlich zutreffen. Dies veranlasst Bonsama, Hilfe anzubieten. Er verspricht, Fushi eine Armee zu geben und ihn beim Kampf gegen die Klopfer zu unterstützen. Obwohl wir davon ausgehen, dass Fushi über diese Wendung der Ereignisse hoch erfreut sein wird, gibt er an, dass er schon früher gewollt hatte, was Bonsama vorgeschlagen hatte, glaubt aber nicht, dass er das mehr will. Er sagt das, weil er Angst hat, die Menschen, die er getroffen hat, zu verlieren, wenn er von den Klopfern besiegt wird. Er hat uns so sehr ans Herz gewachsen, sie inzwischen. Er möchte jedoch nicht die Menschen, die jetzt leben, für seinen Kampf opfern. Anscheinend hatte er geschworen, niemanden, der ihm nahe stand, in seiner Gegenwart von den Türklopfern töten zu lassen. Er beschloss, im Falle eines solchen Ereignisses aufzuhören und seinen gesamten Körper den Klopfern zu überlassen, um ihren Angriffen ein Ende zu setzen. In diesem Moment erscheint der Schwarze und versichert ihm, dass er, selbst wenn er alles verliert, was er ist, nur gezwungen sein wird, aus dem Nichts neu zu beginnen. Fushi scheint das jedoch nicht zu interessieren. Andererseits schwört Bonsama aus Solidarität, Fushi eine neue Welt zu bescheren. Er drängt ihn, zu warten, bis dies erreicht.